Hallo Welt, hier spricht Anonymous. In den letzten Tagen hörten wir von einem Spiel, das im Internet des russischen Netzes sein Unwesen treibt. Wir reden von dem Spiel Blue Whale. Das Ziel in dem Spiel ist es auf seinem Kurator zu hören und die Aufgaben zu befolgen die einem zugetragen werden. Die Aufgaben lauten meistens sich selber zu verletzen und Beweisfotos an den Kurator zu senden. Das Spiel endet mit der letzten Aufgabe, und zwar sich selbst umzubringen. Ihr seid echt kranke Menschen, die es gut finden, Menschen mit starken Problemen, die auch noch suizidgefährdet sind, weiterzutreiben und ermutigen, sich Schmerzen zuzufügen und sich schließlich selbst umzubringen. An alle Familien, Freunden und Bekannten der durch das Spieles Verstorbenen spricht Anonymous ein herzliches Beileid aus. An alle Menschen dieser Welt, jeder ist auf seiner Art und Weise etwas Besonderes und hat einen Grund weiterzuleben. Hiermit erklärt Anonymous aufgrund der Toten und der Menschenrechtsverletzung Blue Whale ohne Vorwarnung den Cyberkrieg. Wir werden euch überall auf der Welt jagen und mit Hack-Angriffen eure Internetseiten endgültig lahmlegen. Wir fordern alle Hacktivisten auf an der Operation Blue Whale teilzunehmen um deren Webseiten anzugreifen. Wir sind Anonymous. Wir sind viele. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Erwartet uns. Greetings World. We are Anonymous. We are Anonymous. Wir werden die jagen. Musik